Die Lage ist sinnlos, weil in Anbetracht der Situation und der Lage spricht ja niemand darüber, wie ernst die Lage wirklich ist. Das erzählt uns ja keiner. Und ich glaube, es wird wirklich eng. Aber ich mache das trotzdem, weil was gemacht werden muss. Die Kunst ist der einzige freie Raum noch in dieser Gesellschaft. Wie Luther gesagt hat, selbst wenn ich wüsste, dass die Welt morgen untergeht, würde ich heute noch ein Bäumchen pflanzen. So mache ich das hier auf. Ich pflanze den Baum. Obwohl ich das Gefühl habe, dass wir wirklich vor schweren Zeiten stehen. Es wird sich zeigen. Wichtig ist natürlich ganz, hier, das ist ganz wichtig hier. Das hier ist ganz wichtig. Jeder trägt nämlich Verantwortung. Jeder Einzelne trägt die Verantwortung. Und an jedem Einzelnen liegt es, dass wir weniger Energie verbrauchen. Hier, man braucht kein Auto. Number one. Number one. Number one. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020